Katzenellenbogen, eine Kleinstadt im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz. Das Grundzentrum im Taunus ist die zentrale Einkaufsmöglichkeit für die umliegenden Orte in der Region. Wahrzeichen der Stadt ist das Katzenellenbogener Grafenschloss mit seiner historischen Burganlage aus dem 12. Jahrhundert. Der Kernort liegt im Tal des Dörsbaches. Die katholische Kirche St. Petrus wurde 1875 erbaut. Neben der Grundschule im Einrich gibt es die Realschule Plus und die Fachoberschule. Damit kann man von Klasse 1 bis zum Fachabitur die komplette Schulzeit in Katzenellenbogen durchlaufen. Katzenellenbogen ist Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung. Die Stadt verfügt über eine Fachklinik mit überregionalem Einzugsgebiet. Und zwei Seniorenheimen. 2.300 Einwohner leben aktuell in der Kleinstadt. Tendenz steigend. Für immer mehr Unternehmen ist Katzenellenbogen ein attraktiver Standort geworden. Und damit verbunden, spiegelt sich auch das Bevölkerungswachstum in den Neubaugebieten wieder. Am vorletzten Wochenende im August findet der jährliche Bartholomäusmarkt statt. Eine Stadt, die zusammenhält und für Lebensqualität steht. Katzenellenbogen 0.005 Sitz der Abschlossation 0.005 0.005任